Wenn ein Kind krank ist, braucht es die Nähe seiner Eltern und einen starken Freund an der Seite. Mit einer Spende von 25 Euro können Sie einem kranken Kind einen kuscheligen Tröster schenken. Die Spende kommt dem Ronald McDonald House und der Oase Passau zugute. Familien schwerkranker Kinder finden hier ab 2015 ein Zuhause auf Zeit, während die kleinen Patienten in der Kinderklinik behandelt werden. Nähe hilft heilen. Helfen auch Sie mit Ihrer Spende.